Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zum neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ja, heute ein etwas ungewohnteres Setup hier. Ihr seht, ich bin gerade hier bei meinen Eltern in Wolfsburg, nicht wundern. Deswegen kann ich auch momentan leider nicht live gehen, weil das Internet hier einfach zu räulig ist dafür. Im heutigen Video möchte ich euch mal ein bisschen updaten, was das eigentlich mit unserem Lucifron-Allianz-Gilden-Projekt auf sich hat. Weil ich einfach gesehen habe, viele haben sich dazu geäußert, viele haben Fragen gestellt und so weiter, was wir eigentlich machen auf Lucifron momentan. Also wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir sind quasi, wir gehen hier gerade mal in den YouTube-Video-Bereich. Ja, wir sind auf Lucifron-Leute mit einer Gilde, Mosen und ich. Hier, kennt ihr wahrscheinlich noch, da hat ja der ein oder andere von euch wahrscheinlich auch mal angefangen am Anfang. Und wir haben hier eine Allianz-Gilde gegründet und zwar der FC-Gutkick-Lucifron. Das ist eine reine Community-Gilde von Mosen und mir. Und die Geschichte ist einfach die folgende. Timo hat sich vor anderthalb Wochen ungefähr, vor zwei Wochen, so Überlegungen gemacht und viele in seinem Livestream-Chat haben ihn darauf hingewiesen, dass es einfach eine lustige Geschichte wäre, wenn wir vielleicht, oder wenn er vielleicht eine Gilde auf Lucifron-Alli-Seite gründen würde, dass man so vor Fun versuchen würde, die Alli-Seite wieder aufzubauen. Weil einfach, wenn wir uns die Server-Verteilung anschauen, können wir vielleicht nebenbei hier gerade nochmal machen, wenn ich das hier gerade offen bekomme, dann sehen wir, Lucifron hat momentan eine Verteilung von 99% Horde und 1% Allianz. So, wir gucken gerade mal, ob wir das hier gerade mal finden. Denn, so, warum war der Lucifron hier? Ihr seht schon, ja, wir haben 6.300 Horde ungefähr und halt, ne, keine Ahnung, 1% Alli-Seite, ja. Und wir haben uns, wie gesagt, einfach gedacht, und Timo, wie gesagt, wollte halt dann dieses Projekt starten und gleichzeitig war ich mit ihm im Gespräch und meinte, ey, wäre doch irgendwie cool, wenn wir beide mal wieder was zusammen machen würden, in WoW irgendwie, ja. Weil er ja eher so auf seinem englischen Server unterwegs, ich war eher so im deutschen Bereich am Start auf Patchwork. Und dann kam die Burning Crusade-Ankündigung und dann habe ich schon im Hinterkopf so gedacht, ey, wäre irgendwie cool, wenn ich mit Timo in Burning Crusade wieder Arena 2 und 2 spielen könnte, weil wir damals in Burning Crusade eben auch sehr viel 2 und 2 gespielt haben. Und dann meinte ich zu ihm, ey, level doch mal ein Start auf Patchwork. Hatte er dann auch schon angefangen. Und dann haben wir überlegt, ey, oder wir verbinden einfach diese Geschichte, ja, und starten gemeinsam auf Lucifron ein Alli-Gilden-Projekt. Das ist also der Hintergrund, weil viele irgendwie so denken, wir wollen den Server wieder beleben, wir wollen die Horde platt machen, keine Ahnung, was die Leute sich irgendwie denken. Uns ist vollkommen klar, dass wir wahrscheinlich Lucifron nie so ausgleichen können, dass da irgendwie wieder gleich viele Allis drauf sind, ja. Also darum ging es auch nie von Anfang an. Um es mal klarzustellen an der Stelle. Es ging einfach nur darum, dass wir beide quasi zusammen in einer Gilde anfangen, eine Community-Gilde, wo übrigens auch der Discord, der allererste Link in der Videobeschreibung, könnt ihr gerne mal draufjoinen, wenn ihr bei der Gilde mitmachen wollt, könnt ihr da gerne draufkommen. Und auch, wenn ihr euch generell für Viori Classic oder Burning Crusade interessiert, soll so eine Art Forum sein, wo ihr euch austauschen könnt, könnt ihr gerne mal auch draufjoinen. Ist wie gesagt unten verlinkt. Und wir möchten einfach nur eine, ja, coole, entspannte Community-Gilde haben, wo jeder mitmachen kann, wo wir einfach lustige Community-Events machen können, wenn wir beide live sind. Wir haben da auch so ein kleines Mini-Format eingeführt. Wir sind jeden Dienstagabend um 19 Uhr gleichzeitig live momentan und leveln auf Lucifron. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Unsere Twitch-Kanäle blende ich ja auch nochmal ein. Und ja, darum geht es eigentlich nur. Ja, das Team und ich auf einem deutschen Server ein Projekt starten. Und wir fangen es einfach auch interessant, das auf einem Server zu machen, wo halt eben mega viele Hordler drauf sind und eben kaum ein Ali-Spieler. Das ist einfach der Hintergrund der ganzen Geschichte. Kleiner Fun-Fact am Rande. Das ist übrigens mein allererster Char, den ich in Viori Classic hochgelevelt habe. Ich habe damals ja auch auf Lucifron angefangen, meinen allerersten Char. Da wollte ja jeder drauf, dass sich jeder seinen Namen darauf reserviert hatte. Und nach fünf Tagen hatte ich ihn auf 34 hochgeballert. Und dann musste ich den leider, ja, ditchen, weil wir dann auf Patchwork gewechselt sind. Der ist hier immer noch drauf. Genau, ich habe auch kurz überlegt, ob ich den weiter level. Habe mich aber dann doch für den Mage entschieden und muss sagen, Mage ist einfach nur OP, Leute. Spielt Mage in Vanilla auch eine Kack, ist einfach nur schlimm. Genau, ich wollte euch hier gerade nochmal das Gilden-Projekt kurz, ah, kann ich hier den Namen nochmal anzeigen? So, ja, zeigen. Deswegen, ihr seht ja schon, ja, Gildenname, FC Goodkick Lucifron. Es ist wirklich eine richtig lustige Gilde, Leute. Wir sind jetzt, ihr seht schon, 200 Mitglieder. Die Leute sind wirklich fleißig am leveln hier. Timo ist hier auch 33, ich bin 33. Und wir haben ja auch dieses Twitch-E-Mode-Addon am Start, wo wir hier auch den G-Chat mit befeuern können. Das ist wirklich echt eine lustige Geschichte. Darum geht es einfach nur, okay? Ja, einfach Klarstellung, deswegen auch das Video heute hier. Falls ihr noch irgendwie Fragen dazu habt oder hattet, dann sind die hoffentlich geklärt an der Stelle. Eine lustige Community-Gilde von Timos Community, von meiner Community, wo ihr einfach mitmachen könnt. Wenn ihr einfach Bock habt, mal wieder ein bisschen entspanntere Dinge in WoW zu machen, ja. Nicht nur irgendwie Raidloggen und irgendwie Farmen, sondern einfach so ein bisschen auf Lucifron-Ali-Seite chillen. Und lustige Community-Events vielleicht mitmachen, keine Ahnung. Ein bisschen World-Pvp, irgendwo mal zusammen angreifen irgendwie. Ich meine, die Horde wird uns eh vermöbeln überall. Aber es ist einfach echt eine coole Geschichte hier. Und vielleicht freuen sich die Horde ja auch drüber, dass hier mal wieder so ein paar Ali-Spieler am Start sind. Und genau, das war eigentlich schon die ganze Geschichte. Wie gesagt, wenn ihr mitmachen wollt bei der Gilde, erster Link in der Videobeschreibung, kommt auf den Discord drauf. Schreibt uns in-game an, die File-Rx hier oder Mosen, wie auch immer. Und ja, wenn ihr mir bei meiner Level-Reise hier mich verfolgen wollt dabei, wie gesagt, ich bin auch dreimal die Woche live. Immer Sonntag, Dienstag und Donnerstag ab 19 Uhr, wo ich hier auch fleißig den Mage gerade hochlevel. Ich mache sehr viel AOE-Grinding gerade. Das macht mir echt mega Bock. Wir vielleicht später auch versuchen, den Maraudon-Dagger zu erfarmen. End of Jokert machen. Müssen wir mal gucken. Mit Timo World-Pvp, wie gesagt. Kommt uns Stream-Snipern, wenn ihr Horde spielt auf Lucifer, scheißegal. Wir haben wirklich Bock drauf. Und ja, ich hoffe, ich habe eure Fragen erklärt. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Und in dem Sinne, Leute, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen... Was haben wir heute? Muddertag. Schönen Sonntag, wie gesagt. Ich kann leider gerade nicht live gehen. Es soll noch eine Woche dauern. Ich werde aber hier ein bisschen weiter leveln. Ja, für Twitch reicht das Internet hier leider nicht. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis gerne denn. Euer Defiler. Ciao, ciao. Untertitelung.